Ich hab's eher so gedacht, dass man von rechts an der Wand lang oder raufkommt und nicht so sieht, dass ich das jetzt wieder gemacht hab. Ich hab ein Handy vielleicht mal aufgeladen? Ne, immer noch nicht. Es ist jetzt alles nur so mittelschön hier, ne? Wenn du unten bleibst, kannst du ja durch alles durchschleiden. Ne, so witzig. Wir müssen tatsächlich springen und im Sprung wechseln. Na gut. Ein bisschen Anlauf. Auf drei laufen und etwa in der Mitte wird gewechselt. Eins, zwei, drei. Oh, genau. Wollte ich gerade vorschlagen. Oh, da rechts war auch so ein Bonus. Und egal, ihr habt keinen Nerv auf Bonus. Ich hab schon genug Ärger. Nimm du dir mal Geld, du brauchst mal Geld. Ich hätte hier noch ein Herz für dich und das nehme ich. Nö. Ähm, warte. Ich glaub hier muss... Ach ja doch. Also wir müssen erst wieder durch und dann... Ähm... Ach so. Genau. Achtung. Fähig. Los. Sehr gut. Ich würd grad sagen, stirb nicht, hier ist ein Herz. Dann nehme ich mir das, wenn man ganz dreist. Ich hatte grad so ein... Oh nein! So ein Zucken in der Hand irgendwie... Na ja. Kinder, Kinder, ich hab so ein angenehmes Jucken in meiner Frau. Genau. Genau so eins. Jetzt... Muss wir jetzt lang rechts oben... Weiß ich auch nicht so recht. Und dann mach du das mal. Äh, wie komm ich jetzt hier wieder zurück? Kann man das sehen? Äh... Man kann nichts sehen, nein. Dann guck ich auf die Map. Vielleicht eher rechts wieder, keine Ahnung. Denk ich auch. Ich muss aber auch weiter nach oben gehen. Oh, scheiße. Oh. Sorry. Nee. Aber da hab ich kein Verständnis für. Mutiful. Ach so, ne, erst rum da rüber. Ja. Und dann reicht es, wenn aber auch einer wechselt. Dann wechsel du. Okay. Achtung. Fertig. Los. Gott sei Dank, kommst du noch? Ja, ja. Ich warte. Ähm... Erstmal auf das... Dingster-Boomster hier. Ich hab dich schon so da runter schieben sehen. Ja, du. Komm. Ich merk schon, es wird heute nix mehr mit dir. Ich war leid, dann steigen kann ich. Ja, genau in dem Moment wechselt er. War klar. Hahaha. Lustig. Ich will nicht an die Vase. Die können mich jetzt alle mal... Och, Kindchen. Das ist aber leider. Das ist nicht dein Ernst, ne? Hahaha. Ah, herrlich. Bleibt der rot? Weiß ich nicht. Mega. Ah, nee. Oh doch. Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Ja, eigentlich dachte ich dagegen und dann rauf. Also gegen die Plattform und dann... Ja. Ja. Geh du mal runter. Glut suchen. Runder. Leider kein Herz. In den Checkpoint. Oh nee, Leute. Ja. Das ist dein Lieblingsspiel. Dein Lieblingsspiel. Wir landen immer weiter drin. Ist das aufgefallen? Ja. Ist mir aufgefallen. Oh, das war ein bisschen früh. Ich komm nicht raus. Scheiße. Wir hatten gerade den Checkpoint. Geh in den Rahmen. Oh, wie dämlich, ey. Ach ja. Das sind schöne Blumen, die wir hier haben. Wow. Ich sollte mal ab und zu justieren wieder. Der slide ist echt ein bisschen weit. Ganz so ungestüm da rein. Vielleicht erst gucken, was hier oben ist. Da was ist. Ach so, da gibt es vielleicht die Fähigkeit. Ja, dann geh mal her, dann scheiß. Oh, das hat jetzt aber auch gefordert. Gestresst hat das. Oh, hallo. Halte LT gedrückt, um einen Angriff aufzuladen. Lass LT los. Man möchte den Gegner und Objekte ausführen. Nimm du Geld. Ne, auch bei 32.000. Dann. Achso, Aufladen. Achso, Aufladen. Voll krass. Das sind die fünf Feuerwerke. Das sind die Blumengärten. 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 Ich mag solche Spiele nicht, Leute. Weckermannschaft. Ich sage immer nach. Oh, Jesus. Scheiße, da waren wir irgendwie beide verblendet. Wie komme ich jetzt hier raus? Wo bist denn du? Ich bin noch da drin. Okay. Oh nein. Ja doch. So. Na gut. Lass mich. Bleibt das noch rot oder? Du musst Farbe wechseln, wenn du in der Mitte bleibst. Du musst immer Farbe wechseln. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Achso. Ne. Du hast noch. Was für'n Bullshit. Ich wirklich kein Herz. Nimm du die Münzen. Du brauchst immer mehr. Du brauchst immer mehr. Das klingt. Badabum. Ich brauche vor allem Herzen. Dann ist mir egal. Und jetzt? Map. Wir müssen ja nach rechts unten. Ach, wir sind wieder am Anfang. Wir sind den ganzen Scheißweg jetzt runtergefallen. Und müssen wir nach unten. Die hat so scheiße nur für diese dämliche Kraft gemacht? Ja. Passbar. Ja, das ist ja aufregend. Mhm. So. Ich lass mich kurz auf meine Map blicken. Wieder unten rechts. Ich hoffe, ihr war nichts böses. Klug, was wir hier tun. Mach du mal. Ja gut. Du hast vergessen ne Viertel. Viertel! Jaaaa! Nein! Oh noes! Ein Zitteraal! Warum stirbt ihr nicht? Hallo? Ich glaub wir müssen runter. Oh. Ich nehm den weiter. Willst du schon mal Loot? Ja. Oh mann, nicht ein Herz, ey. Schweine. Hier ist eins. Qualli hat eins fallen lassen. Ich würde sagen, vom Berg aus geht das nicht. Ein Berg. Vom Berg. Aua! Mach du den fetten. Mach den kleinen. Mach du den fetten. Mach den kleinen. Lass das. Lass das da ohne jetzt alles allein machen. Das ist kein Problem. Mach den. Ich hab ja nicht geahnt, dass ich irgendwo anhalten muss. Scheiße. Ich bin tot. Ich fall jetzt noch weiter runter. Pass auf, da sind ein Gegner. Bist du eigentlich lebensmüde oder was? Ich bin wieder tot. Weil stehen ein Gegner neben dir. Ja, ich weiß. Ich hing fest. Da ist bestimmt ein Herz dran. Ja, schön, ey. Ich wette, der wird jetzt ungemütlich, der Typ. Der war wohl nix mit dem Herz. Ich hänge. Ich bin tot. Ah, du auch. Oder da sind jetzt nicht so viele Blumen. Ich glaub, diese Blumen, das sollen diese ganzen, diese Fallen mit den Kugeln sein. Ich glaub, das soll so Blumen-Style mäßig hier wirken. Ich glaube nicht, dass hier wirklich Blumen gemeint sind. Oh, schon besser. Gib ihm. Wo will er hin? Wo will er hin? Zurück. Oh, Gute. Er ist immer noch Gute. Die Brutze. So. Wo muss er eigentlich hin? Ich weiß nicht. Äh. Ein bisschen weiter nach rechts und dann nach oben. Vielleicht können wir gucken, ob hier oben noch was zu finden ist. Da ist so eine Loot-Vase. Boah. Jesus. Er müsste sich dann mal verkrümeln. Ich glaub, mehr gibt's hier aber auch nicht mehr. Komm ein, wie wir da gehen. Gibt's hier noch was? Gibt's hier noch was? Vielleicht mal wieder so'n, so'n, so'n Helm oder so'n? Was sieht so danach aus? Tatsächlich. Warte ich mal blau. Ups, aber. Uah! Oh, jetzt aber eilig. Ah. Um, ja. Ah. Okay. Kan-mi-ha-mi-ha. Oh, du. Komm komm! 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 Was machst du denn da? Kann man seine Herzen, also sein Leben auffüllen? Ach ne, hier kann man 30.000 für ein neues Upgrade spenden. Okay, ich komme gleich wieder her, hier zu. Was machst du da für einen Unfug? Ich bin fast komplett nach oben gerannt wie so ein Wilder. Ich bin dann aber leider in eine Qualle gehüpft und abgestürzt. Wie so ein Wilder, Eber. Total. Was kann ich hier? Ein Herz bekommen, Herzcontainer. Nehm ich. Ich habe also gar nicht geguckt, wo Gegner sind. Da war so drauf und los. Was mache ich hier? Wo mache ich das? Wo hast du dich von der Qualle treffen lassen? Oh nein, ich gucke auf die Falschung. Kannst du den mal wegfeuern, da? Danke. Yes. Nein, ich habe auf dich geguckt, scheiße. Ja, das solltest du jetzt nicht unbedingt. Ne, ne? Ja, klar. Das Spiel überfordert deine Mutter. Ja, nicht nur die Mutter, ey. Dein Nerven überfordert das auch ganz schön. Aber so risikowäßig einfach runterspringen. Ja, warum nicht? So, ganz so einfach geht nicht. Aber, äh, knapp an der Qualle vorbei. Schon mal hingehabt? Guck mal, geht doch. Nein, das kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht. Äh, aua. Wo bin ich denn jetzt? Vielleicht mal bitte auf die Map blicken. Ach so, ja, ist schon richtig. Scheiße. Hast du sie platt gemacht? Natürlich nicht. Ach, nicht ganz. Ich hoffe, ich habe dich auch hier nicht verlassen, ne? Das ist schämt. Unverständlich werden, ja? So viel dazu. Ja, vielleicht so frech, ne? Oh nein. Oh, er ist schon wieder. Leute, ich bin gleich tot. So zur Info. Du bist, aua, ist ihm völlig egal. Nein. Scheißdreck. Isst mich, Bruder. Oh. Nimm, nimm alles. Danke dir. Das nimmst du auch noch. Nyauki. Bevor ich mich vergesse. Will. Wusste ich. Welcher bin eigentlich ich von den beiden? Sie können die mal aufhören. Ich wurde zweimal getroffen. Ich konnte schnell nicht angekrieg, nicht wechseln. Ja, das brauche ich. Du bist so fertig hier, ey. Richtig fertig. Richtig fertig. Guck mal drauf. Was heißt, du musst wahrscheinlich doch die Farbe wechseln. Ja, genau. Verdien dich. Gut. Ja, lustig. Keine Chance. Ich muss sagen, gerade schnell wechseln. Da bin ich zu blöd für. Gerade habe ich an meiner ja angeblichen schnell genug gewechselt. Ich wurde davon beschissen, ey. Immer wieder so ein Herz, genau. Das ist super smart. Ich würde sagen, die feuern auf uns. Darauf achten, wie die ihre Farbe ändern wollen. Also nicht so wie ich jetzt, quasi. Gut, sehr gut. Jetzt ist es richtig lustig. Jetzt wird es richtig interessant hier. Sorry. Ich versuche, da war da durchzukommen. Ich wollte gerade sagen, geh du erst mal vor und ich komme gleich hinterher. Wir haben jetzt einen Schalter, bleib erst mal unten. Vielleicht müssen wir eh wieder runter. Sieht so aus. Oh Gott. Nimm mal irgendwie Deckung, behalten wir deine Farbe bei, die du hast. Damit ich einfach nur mich hier durch mogeln kann. Da bin ich. Voll. Hoppla, hoppla da. So, wo musst du hin? Runter? Und da. Bist du sicher? Jo. Nein. Aber ich glaube schon. Nach links. So, so machst du das. Okay. Bisschen übertrieben. Möchte ich dich nicht aufhalten. Wieso haben wir mit dem da fertig? Kann man seinen Streitkolben da wegpacken? Okay. Ich möchte mal wieder A, D und D spielen. Das so, ja. Ja. Das Ministerium. Da waren wir doch schon mal. Ich muss sagen, wir waren doch schon mal im Ministerium. Wo müssen wir denn hin? Nach rechts, da ist irgendwas. Was ist denn das für eine Wächtertür, okay? Achso, ich bin der Blaue. Jetzt habe ich geguckt. Geil. Richtig dumm, ey. Na gut. Noch mal ordentlich. Jetzt mache ich eine Platte, ey. Pass auf. Pass auf, ey. Ne, doch nicht. Scheiße, der braucht ja lange und ewig zum Aufladen. Scheißdreck. Ah, der killt mich. Hilfe, Hilfe. Das darf ich gerne nicht treffen. Soll ich stehen bleiben, oder was? Ja. Gut, da lässt sich mein Herz für mich, ey. Das war gemein. Oh nein. Guck, was jetzt wieder für ein Freak kommt. Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Mutter der Augen. Oh, mir war... Aha, hallo. Meiner bleibt vor halb stehen. Du stürzt so ab. Nett. Danke. Muss ich jetzt runter? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Oh, ja, da oben ist auch nichts mehr. Aber das war gut. Wie meint, dass du da hampelt? Rampfe auf den Schultern, um ihn zu aktivieren. Okay. Ich habe Angst. Musik macht mir Angst. Was ich sehe. Tatsächlich. Die habe ich gar nicht so richtig gehört, die Mutter. Die Musik. Oh nein. Cool, die ist ja süß. So was endlich erwarte ich bei Hollow Knight auch gerade. Ich habe es noch nicht getroffen. Das sieht aber geil aus. Also die spinnletze in den beiden Farben. Ah, cool. Was nun? Weiß nicht. Na, wir müssen in Rot auf jeden einhacken. Ist ja ganz klar. Ich gehe jetzt mal in Deckung hier. Ja, von wegen in Deckung. Er trifft dann hier hinten. Hm. Was? Vielleicht muss man auch auf die andere Seite auch noch. Irgendwas machen. Ich sehe schon, das machst du aber heute nicht mehr. Oh. Mach mal kaputt, genau. Okay, hat uns auch nichts gebracht. Vielleicht müssen wir da rauf, oder so. Kann natürlich sein. Ich glaube nicht, dass man da raufkommt. Vielleicht ist das einfach nur zur Deckung gewesen. Man macht ja die Trefftein da aber. Wenn die Farbe nicht die passende Farbe ist, dann wischst du ja einen trotzdem. Ah, ich musste nochmal was machen. Stampf auf die blaue, auf die gelben Dinger. Hätte ich gesehen. Perfekt. Auf der anderen Seite müssen wir auch noch. Machst du das? Ja. Nein. Oh, meh, gehe ich. War nix mehr. Bleib du, nein, hast du nicht. Bleib oben, bleib oben. Spät. Hab ich gemerkt. Ich gehe gleich wieder rauf. So, jetzt aber. Ich würde sagen, jetzt habe ich ein Problem. Scheiß, bin tot. Scheiß, ich auch. Okay. Na gut, wir wissen, was wir tun müssen. Mehr oder weniger. Wir wissen, mehr oder weniger, was wir tun müssen. Zumindest den ersten Schritt, weil es ist, was da noch alles kommt. Meine Hand fällt immer so, deiner fällt runter. Warum fällt meine Hand immer runter? Wenn du denn noob bist. Möchtest du links oder rechts machen? Äh, rechts. Okay, dann gehe ich mal nach links. Bei Hollow Knight war ich gerne auch mit einem riesigen Spinnnetz. Die Spinne selber habe ich noch nicht getroffen. Ich bin auch bei Hollow Knight beim ersten Video. Ich bin noch nicht so weit. Achso, ich muss nicht, ob du das überhaupt anguckst, weil du wolltest es ja selber wahrscheinlich auch noch zocken. Oh, egal. So, du bleibst da oben. Ich mache... Du musst dich wahrscheinlich jetzt ducken und rot annehmen, damit du dich da nicht treffen kann. Weil wenn du stehst, dann kann der blaue dich erwischen. Oh nein! So, fackeln, Kontrollpunkt aktiviert. Das ist schon mal gut. Ich muss da runter. Okay, ich frage mich, warum dann diese Plattform hier. Aber okay. Ich bin einfach nur aufgegangen. Das war der Deckel. Hey du! Das ist jetzt hier Limbo-Style. Jetzt wird echt Limbo. Das ist eine Zeitführung und Freunde. Boah! Kann ich mal eine Map haben oder so? Nein, es gibt keine Map. Das sind Wächter. Achso, wir sind immer noch beim Wächter. Ja, ja, ein bisschen drüber her. Ich dachte, die kommt später nochmal oder so. Oh! Das ist ganz gut. Rot geht aber auch nicht. Geht gar nicht. Einfach Stachel ist Stachel. Oh Gott, ich bin vielleicht tot. Ich kann hier nichts machen an dem Schalter. Ich gehe mal auf die rechte Seite, okay? In der Mitte ist hier irgendwas. Ah, jetzt geht's. Jetzt können wir was machen. Da war noch nicht genau was. Ich weiß auch noch nicht. Man kann hier in den Schaltern rumspielen. Irgendwie in der Mitte kann man glaube ich auch irgendwas machen. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Okay. Oh, scheiße. Oh, ich bin da getroffen. Ja, ich weiß auch nicht. Also dieses Ding kann man offensichtlich zum Schießen bringen. In der Mitte. Man muss es nur noch ausrichten. Ah. Ja. Ah, mit den Schaltern richten wir das aus. Alles klar. Ich, aber meine macht man wahrscheinlich weiter nach rechts. Und an deinem weiter nach links. Ja. Ja. Einmal eine Mitte. Das müssen wir noch zum Feuern bringen. Wie sollen wir da jetzt vorbeikommen? Ja, ja, ja. Trixi, Trixi. Feuer frei. Äh, oh nein, die Arme. Ich beschütze sie. Du beschützt sie mal bitte nicht. Da oben sind Schalter. Soll ich da raufkommen? Hier sind fette Stacheln. Ja, ist mir aufgefallen. Hab's gemerkt. Warte mal. Ähm. Ah, scheiße. Kann ich warten bis du. Das sind ja so farbige Dinger. Da müssen wir uns wieder absprechen. Oh Gott. Die fordert ein bisschen die Alte, wa? Die macht hier keinen... Keine halben Sachen. Ah, den hätte ich schon mal. Ich bin zwar wieder tot, aber ich hätte ihn schon mal. Ja, ich komme hier deinetweg nicht vom Fleck, junge Dame. So, ähm. So, ähm. Soll ich das Stacheln im Wege? Oh, jetzt nicht mehr. Ah, ich hoffe, sie treffe mich hier nicht. So, jetzt können wir wieder... Mal gucken, wo sie ist. Bei dir? Die Frage, wie lange... Alles klar. Alles klar. Ich kann den Schalter leider gar nicht betätigen. Ist irgendwie eine gewisse... Oder wir warten bis sie in der Mitte ist. Das ist eine gute Idee. Kommst du ran? Ich hab's noch, aber... Ah, zu spät schon. Ich bin auch fast tot. Bereit halt mich zu lieben. Ach, du bist auch fast tot. Alles klar. Ja. Vielleicht lässt er dein Herz für dich fallen. Vielleicht kommt er auch in meine Richtung. Er weiß es noch nicht. Komm hierhin, Junge. Wer ist er? Ach, die Spinnen stören dabei, die Kleinen. Ja. Nur zu knapp. Da muss ich in die Mitte lenken und dann... Ja. Vielleicht einfacher. Pass auf, dass er eben jetzt den Schalter nicht trifft. Ja, das ist das Problem. Ein Schweine sinker. Passieren, ja. Jetzt aber. Yes. Ein bisschen nur. Hau mal, mein Herz hat es noch gefunden. Ha! Ich muss ja gleich bestimmt die Schalter wieder machen, oder so. Wahrscheinlich. Sag mal, sind die nicht ganz dicht hier? Oh, wir können wieder, ähm... Ach so, nee. Genau, du musst auch wieder in die Mitte lenken. Ach, wie sie stampft, ey. Ja, scheiß Dreck. Ich sehe keinen Rhythmus da drin. Schade. Wir lassen Mitte, oder? Wir lassen einfach eine Mitte, genau. Bitte, gib mir ein Herz. Ja. Sehr gut. Wir wissen, wir haben immer schon gleich gemerkt, wie dämlich wir sind. Oh, scheiße. Sehr gut. Leute, ich kann mich auch wirklich nicht auf alles hier konzentrieren. Also, das geht wirklich nicht. Die ist voll gestört. Ja, dich versuchst du es, oder soll ich? Ähm, ja. Ach, mit Blau kann man einfach durch. Es geht nicht. Ich bin zu blöd dafür. Anna, hast du es geschafft, aber ich bin auch zu blöd. Da hat die anders gestampft. Da hat die, glaube ich, nicht in so schnellen Rhythmus. Würde ich zumindest behaupten. Da hat die, glaube ich, nicht in so schnellen Rhythmus. Da hat die, glaube ich, nicht in so schnellen Rhythmus. Da hat die, glaube ich, nicht in so schnellen Rhythmus. Da hat die, glaube ich, nicht in so schnellen Rhythmus. Untertitelung des ZDF, 2020